Schon gut. Lichtet sofort die Anker! Ja! Partner, pischt dem Spänger aus! Ja! Ich schätze, wir haben es gerade so geschafft, noch etwas durchzuhalten. Nun, der Augenblick ist gekommen. Ein halbes Jahr lang haben wir qualvoll abwarten müssen. Ursprungsmutter Tiamat und Mutter aller Bestien! Nicht einmal ich weiß, wie dieser Kampf der Göttersagen ausgehen wird. Wirst du die Welt verschlingen, oder wird es die Menschheit sein, die am Ende diese Welt beherrscht? Es ist Zeit, es herauszufinden. Beginnen wir nun den allerletzten Kampf dieses Götterzeitalters! König Gilgamesch! Gut, dass ihr zurück seid. Gut, dass wir dich wirklich an der Welt machen wollen. Gut. La Geheimnis geht! Gut!